So richtig entschieden ist der Markt noch nicht, auch vor dem Wochenende nicht und auch nicht, nachdem die großen Marktteilnehmer Amazon, Apple, Alphabet, wenn haben wir noch Facebook, Microsoft, die ja im Laufe der letzten Tage die Märkte mit ihren Zahlen beglückt haben, aber so richtig den Durchbruch hat der Markt nachher noch nicht gefunden. Also man kann nicht sagen, dass der Markt jetzt sagt, unbedingt müssen wir jetzt auf jeden Fall da in die eine oder in die andere Richtung unterwegs sein. Nein, im Gegenteil, es ist weiterhin noch die Ski bewusst, man ist sich noch nicht ganz einig. Das spricht eigentlich durchaus dafür, wie ich finde zumindest mal, dass eben der Markt noch nicht fertig ist mit dieser Korrektursituation, die wir haben. Also das, was wir jetzt mehrfach ja schon angesprochen haben, ja, lass doch den armen Kerl eigentlich das machen und dann kann er ja wieder steigen. Ich halte das nach wie vor für sehr typisch oder für sehr gut machbar. Wir sehen, dass der Markt steile Flanken im Moment liebt. Wir haben es auch heute wieder. Wir haben es so oft in den letzten Tagen gehabt. Das ist jetzt nicht von heute, aber heute haben wir es auch jetzt wieder. Jetzt ist der Markt tapfer erst mal auf dem Weg nach oben. Das war vorher, ging es runter, ging es dann wieder hoch. Jetzt haben wir wieder so eine Geschichte. Solange der Markt so hin und her eiert, kann man da ganz wenig draus machen. Ich weiß, einige sitzen da mit schahrenden Hufen und sagen, da muss man doch, da kann man doch, da will man ja und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was will man denn hier machen? Da kann man maximal zerrieben werden. Probiert es aus. Idealerweise mit dem Geld des Nachbarn. Macht es nicht selber, denn das Risiko in so einer Situation einfach auf der falschen Seite zu sein, ist einfach zu groß. Insbesondere wenn der Markt in alle Richtungen eigentlich doch sehr schubmäßig unterwegs ist, dann ist das ein Zeichen, dass da keine Richtungsentscheidung gefällt ist. Das heißt, die Marktteilnehmer sind sehr, sehr wechselhaft, sehr, sehr nervös. Man geht schnell auf was Neues ein, wenig verlässlich und für mich deshalb die Handelssituation, die ich am wenigsten gerne umsetze, um das Wort gar nicht zu vermeiden. Also, Nasdaq dementsprechend da noch nicht auf bester Tour unterwegs. Wir sehen das ähnlich grundsätzlich beim S&P 500. Die Flanken hier teilweise ähnlich. Man muss jetzt nicht direkt eins zu eins vergleichen, aber wir sehen das hier, wie steil die Flanken teilweise in beide Richtungen gehen. Leute, was soll man sich da was antun? Ich weiß, ja, da hätte ich hier schon reich werden können und doppelt so reich, wenn ich wieder die Hochbewegung. Klar, aber wenn ich es vorher wüsste, würde ich es auch machen. Aber das weiß man eben nicht. Das sind unverlässliche Kollegen. Ich meine damit nicht den Index, aber diese Marktsituation. Das ist nicht sinnvoll, aus meiner Sicht umsetzbar. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Ich denke aber, die Chance auf eine fortgesetzte Korrektur setzt sich ja auch offensichtlich beim Dow Jones durch. Die Mehrheit der Marktteilnehmer kriegt den Popo nicht hoch hier im Sinne von, jetzt lass uns endlich wieder einkaufen. Im Gegenteil, eigentlich ist die Tendenz ebenfalls hier. Komm, sitzen wir das Ganze noch aus? Also vielleicht nach dem Wochenende kann das dann ja weitergehen. Ich bin nach wie vor bullisch, aber eben aktuell noch nicht. Es kann ja durchaus sein, dass man sagt, man kriegt da noch die Kurve. Davon gehe ich ganz fest aus, aber eben aktuell nicht. Also deshalb nicht die Nerven verlieren, nicht anfangen zu sagen, jetzt daddel ich dann auch mal rum, sondern abzuwarten, bis dieses halt geschehen ist und dann wieder mitzumachen, wenn dann die Situation auch wieder sich ein bisschen aufklart. Und das ist, naja, wir wollen es nicht überbewerten, aber wenn wir das hätten, hätten wir wieder aufgeräumte Verhältnisse. Das ist der Grund, warum ich manchmal sage, ich würde mir wünschen, wenn der Kurs hier hingeht. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir fast egal. Nur dann haben wir wieder ein relativ klares Bild. Dann sind wir ja wieder, na siehste, auf das sich die Schrift erfüllt, haben wir wieder so eine hängende Partie hier. Und wenn wir dann die nächsten Anstiege bekommen auf kleinerer Ebene, ganz kleine, wenn ihr wollt, dann haben wir da wieder eine gute Voraussetzung, um da wieder mitzumischen. Aus meiner Sicht ist das sinnvoller, als da jetzt sich zerreiben zu lassen. Das kann bei Einzeltiteln durchaus anders aussehen. Wir hatten ja heute die Netflix auf dem Plan. Vielleicht habt ihr es gesehen, aber das ist natürlich nur einer von vielen. Ich kann nur als kleiner Hinweis gegebenenfalls hier im Hinterkopf behalten, der Trade des Tages sozusagen, beziehungsweise die Liste mit den Approved Setups, die ihr ja von dem Born for Trading hier kennt. Im Zweifelsfall, wenn ihr das jetzt noch nicht kennt, das nur durch einen Zufall jetzt gerade mitbekommt, dann meldet euch entsprechend dafür an, dann habt ihr da Zugriff drauf und kriegt viele, viele Trading-Ideen, die natürlich längst nicht alle gut gehen, aber dann doch die Mehrheit schon. In irgendeiner Form auf jeden Fall nicht so schlecht. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch nicht zerreiben lasst hier am Nachmittag nochmal. Genießt nochmal ein bisschen, wenn da mal eine klare Bewegung ist. Die könnte aussehen, egal in welchem Markt, eine klare Bewegungsrichtung, eine klare Gegenbewegung, das heißt wackelig möglichst, na so schön habe ich es jetzt nicht gemalt, zack, dann eine A, B, C und dann gegebenenfalls triggern lassen. Das ist eines der einfachsten Modelle. Könnt ihr natürlich gerne garnieren mit Add-ons, aber das ist ein anderes Thema und soll ein anderes Mal erklärt werden. So, in diesem Sinne euch jetzt alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.